Da steht uns in den kommenden Tagen eine sehr brisante Wetterlage ins Haus. Auf dem Atlantik hat sich bereits das Ungemach zusammengebraut. Ein tropisches Sturmtief, ein tropischer Wirbelsturm. Und dieser tropische Wirbelsturm wird sich verstärken zu einem Hurricane. Und das ganze Ding zieht dann weiter Richtung Europa. Richtig gehört, es macht die Biege. Es zieht nicht Richtung Nordamerika, es macht den Dreher Richtung Europa. Das sehen wir hier auf dieser Prognose. Und Captain Kirk, oder besser gesagt Hurricane Kirk, so heißt das ganze Teil nämlich, macht sich auf den Weg zu uns nach Westeuropa und wird sehr wahrscheinlich auch uns in Deutschland treffen als ehemaliger Wirbelsturm. Aber trotzdem ist da Potenzial vorhanden für schwere Sturmböen und zum Teil auch Orkanböen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Tag der Deutschen Einheit. Und so fügt sich das eine und das andere langsam zusammen. Schon vor einigen Tagen haben wir hier darüber berichtet. Am 10.11. Oktober Sturmattacke auf Europa, auf Deutschland. Und wir haben darüber berichtet, es könnte wärmer werden nächste Woche noch einmal. Und alles fügt sich nun zusammen. Es hängt nämlich alles hier mit diesem Wirbelsturm, beziehungsweise mit diesem Hurricane zusammen, der sich aktuell bereits gebildet hat. Und wir sehen hier seine Zugbahn. Er verstärkt sich zu einem Hurricane und zieht dann eben nicht weiter nach Nordamerika, sondern er macht die Biege Richtung Europa. Und er bringt uns an der Vorderseite sehr warme Luftmassen mit. Deswegen steigen die Temperaturen nächste Woche bei uns noch einmal deutlich an. Und er ist der Sturm, der uns eben am 10.11. Oktober erreichen könnte. Was wir vor Tagen hier schon besprochen haben, das GFS-Modell hat es frühzeitig schon drin gehabt. Da könnte Sturm drohen am 10.11. Oktober. Und das europäische Wettermodell hat heute Morgen ordentlich nachgezogen in Sachen Sturm. Da ist ganz schön was im Busch. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Was macht hier der Captain Kirk oder besser gesagt der Hurricane Kirk? Raumschiff Enterprise hat er ja wohl nicht dabei. Wir schauen mal auf seine Lage am Sonntag. Und wir sehen hier die Azoren. Und hier westlich von den Azoren ist eben Hurricane Kirk unterwegs. Wir sehen hier das Zentrum mit einem Luftdruck von 975 Hektar Pascal. Und teilweise sind da Windböden da mit dabei. Was heißt Windböden? Es sind wirklich Sturmböen, Orkanstärke, 150 bis 180 Kilometer pro Stunde. Das ist seine Lage am Sonntag um 4 Uhr, also am frühen Morgen. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Und das ist seine Lage am Dienstag, 11 Uhr vormittags. Ja, und hier haben wir Spanien, Portugal, Frankreich, die britischen Inseln. Und wir sehen Kirk, der ehemalige Hurricane, kommt uns immer näher als Orkantief. Und er wird uns auch in Deutschland streifen, nach der aktuellen Prognose vom europäischen Wettermodell. Es könnte aber auch ein Volltreffer werden. Das schauen wir uns gleich mal anhand der Spitzenböen an. Aber erst mal der Blick auf den Donnerstagmorgen, und zwar auf die Prognose vom europäischen Wettermodell. Und das ist genau dieser 10. Oktober, den wir vor Tagen schon angekündigt hatten und gesagt haben, da droht vielleicht eine Sturmattacke. Und genau das ist dieser Sturm, dieser ehemalige Hurricane, der aber immer noch sehr mächtig ist, ein mächtiges Orkantief. Und wir sehen auch hier auf der Vorderseite, da werden nochmal die sehr warmen Luftmassen genau zu uns nach Deutschland geschoben. So fügt sich alles zusammen. Warmluft kommt nochmal bei uns an und eben nochmal ein zum Teil richtig heftiges Orkantief. Die Isobaren sind auch hier bei uns in Deutschland dicht gedrängt. Das heißt, da wäre auch schwerer Sturm zu erwarten in einigen Landesteilen. Vor allen Dingen an der Nordseeküste entlang des Ärmelkanals, da würde es wirklich ordentlich zur Sache gehen. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Zunächst der Blick nach Mainz auf die Ensemble-Prognose bis zum 19. Oktober. Auch hier erstmal aktuell alles ziemlich ruhig draußen. Zwar Wolken, Hochnebel, Dunst. Aber das lange Wochenende bleibt eigentlich überwiegend trocken. Kaum Niederschlagssignale. Zunächst unterkühlt um 15 Grad. Und dann kommt nochmal so ein kleiner Warmluftschub. Und diese Wärme wird angetrieben von diesem ehemaligen Wirbelsturm, ehemaligen Hurricane Kirk. Und deswegen wird es auch in Mainz nochmal ein bisschen wärmer werden nächste Woche, bevor dann wieder eine leichte Abkühlung eintritt. Aber frühwinterliches Wetter müssen wir bis zum 19. Oktober nicht befürchten. Also ein dramatischer Wettersturz ist nicht in Sicht. Aber es würde wechselhafter werden mit Ankunft von diesem Ex-Hurrikan. Wir schauen nach Berlin. Auch hier auf die Ensemble-Prognose bis zum 19. Oktober. Auch hier dieser kleine, aber feine Wärmeberg zu erkennen, der reingeschoben wird von diesem ehemaligen Hurricane. Die nächsten Tage auch hier kaum nennenswerte Regensignale. Erst ab dem 9.10. Oktober könnte es wieder etwas nasser werden. Das alles könnt ihr live mitverfolgen für euren Ort in unserer Wetter.net-Wetter-App. Gibt es kostenfrei und werbefrei im App Store, aber auch bei Google Play. Wir schauen auf das Wetter in der kommenden Nacht zum Freitag, zum Brückentag. Da gibt es teilweise Regen im Osten, Südosten unseres Landes, sonst lockern die Wolken zeitweise auf. Und es wird teilweise relativ kühl sein. 8 bis 5 Grad sind ungefähr die Nachttemperaturen. Morgen zum Brückentag kommt das Hochurban. Ein bisschen näher nach Süden gerutscht und deswegen meist ruhiges Hochdruckwetter in vielen Landesteilen. Aber vor allen Dingen hier im Südosten sind immer noch dichte Wolkenfelder unterwegs. Und teilweise fällt aus diesen auch Regen. Bei kräftigem Dauerregen südlich der Donau zum Teil nur 8 Grad bei den Tageshöchsttemperaturen. Ansonsten morgen so 11 bis maximal 15 Grad. Und recht viel Sonnenschein nach Norden, nach Westen. Da lockert es mal auf. Hochurban bringt uns die Sonne zum Vorschein. Und auch am Samstag geht es da im Norden und Westen eher ruhig zur Sache. Genau dort, wo der Sturm ankommt. Nächste Woche Donnerstag und Freitag. Morgen, wie gesagt, entspannt. Am Samstag auch hier recht entspannt. Mal Sonnenschein, mal Dunst, mal Hochnebel. Hier im Osten und Südosten immer noch etwas Regen. Temperaturen 9 bis 15 Grad. Der Sonntag insgesamt überall fast trocken. Mal Sonnenschein, mal dichte Wolken, mal Nebel, mal Dunst. Die Temperaturen, sie erreichen maximal 14 bis 16 Grad. Und dann wird es langsam etwas wärmer. Zum Montag, da merken wir schon, da wird die warme Luft aus Südwesteuropa von diesem ehemaligen Hurricane langsam Richtung Deutschland geschoben. Im Süden unseres Landes 18 bis 23 Grad. Nach Norden 16 bis 19 Grad. Ein paar dichtere Wolken nach Norden, teilweise auch im Süden. Mittendrin immer wieder mal Sonnenschein. Hier und da kann die Wolken und Nebeldecke durchaus auch mal längere Zeit aufreißen. Zum Dienstag weiterhin alles relativ ähnlich. Temperaturen so 16 bis 18 Grad, zumindest nach der GFS-Prognose. Ich habe mal das Moderatere genommen, damit keiner wieder sagt, ich würde es so gerne warm haben wollen. Das ECMWF macht es deutlich wärmer. Es hat am Dienstag schon 20, 21, 22 Grad drin. Das hier ist die moderate Lösung. Dazu einzelne Regenschauer, ab und zu auch mal ein bisschen Sonnenschein. Wir schauen auf den Mittwoch. Da wird es dann langsam dann doch schon so ein bisschen ungemütlich. Ungemütlich Regenwolken zum Abend aus Westen. Der Wind fricht deutlich auf. Temperaturen so um die 15 bis 20 Grad. Und dann zum Donnerstag. Da kommt wahrscheinlich eben dieser Ex-Hurricane hier im Nordwesten, also im Norden und Westen an. Der Wind fricht zum Teil deutlich auf später. Und die Nacht zum Freitag bringt schweren Sturm. Zumindest nach der aktuellen Prognose. Vielleicht sogar schon am Freitagmittag, Nachmittag. Es ist natürlich jetzt noch nicht so ganz klar, wann genau der Sturm hier ankommen wird. Die Temperaturen bleiben zum Teil relativ weit oben. 15 bis 22 Grad werden gemessen. Nach dem europäischen Wettermodell können auch 23 oder 24 Grad möglich sein. Ja, und das ist die ganz frische Prognose für nächsten Donnerstag. Für eben diesen 10. Oktober, wo vor Tagen das GFS-Modell schon eine Sturmattacke ausgerufen hatte auf Deutschland, hat nun auch das europäische Wettermodell, ja, doch schon einen ganz guten Sturm drin. Und das vor allen Dingen hier auf dem Ärmelkanal von den Niederlanden, aber auch bis nach Deutschland. Da haben wir zum Teil die dicht gedrängten Isobaren am Donnerstagmittag, dem 10. Oktober. Und da sind auch bei uns in Deutschland Böen um 100 bis 130 Kilometer pro Stunde möglich. Auf den Gipfellagen im Harz beispielsweise bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Und hier auf dem Ärmelkanal können es zum Teil 160 bis 170 Kilometer pro Stunde werden. Und das hier ist das Zentrum vom ehemaligen Hurricane Kirk, der dann auch tatsächlich Deutschland hier erreichen, beziehungsweise mit seinen Ausläufern streifen wird. Also eine sehr spannende Wetterentwicklung. Und auf der Vorderseite eben, da kommen hier aus Süden diese wärmeren Luftmassen an. Deswegen nächste Woche nochmal Temperaturen von teilweise mehr als 20 Grad in einigen Regionen. Zum Vergleich noch der Blick auf die Spitzenböen für nächste Woche Freitag vom GFS-Modell. Das hat den Sturm jetzt weniger heftig drin. Also wir sehen nochmal zum Vergleich, das sind die Spitzenböen am Donnerstagmittag. Laut GFS kommt der Sturm erst zum Freitagmittag an, also 24 Stunden später. Hat es aber auch in sich. Hier mehr in der Landesmitte zum Teil bis zu 100, 110 oder 120 Kilometer pro Stunde. Die exakte Zugbahn ist also von Wettermodell zu Wettermodell noch verschieden. Aber wir sehen, es geht alles so in die Richtung Mitteleuropa. Und ich finde es halt sehr spannend, aktuell hat sich dieses ganze Teil hier gebildet als tropischer Wirbelsturm weit weg von Deutschland. Und dann zum Donnerstag, Freitag kommt das ganze Ding hier als ehemaliger Hurricane bei uns an. Das ist, finde ich, eine spannende Wetterentwicklung in den nächsten Tagen. Wir schauen nach Norddeutschland auf die Ensemble-Prognose und zwar bis zum 18. Oktober. Auch hier sehen wir diesen ganz kurzen Wärmeberg-Temperaturen knapp bei 20 Grad. Und dazu auch erstmal trocken. Bis zum 8., 9. Oktober auch im Norden kein Niederschlag mehr. Trockenes, goldenes Herbstwetter. Danach wärmer, aber auch wieder etwas wechselhafter. Und hinten raus ein leichter Temperaturrückgang auf Werte um 15 Grad, aber ein krasser Abschluss wird eher nicht erwartet. Und wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier eine ähnliche Wetterentwicklung. Zunächst Temperaturen um 14, 15 Grad. Dann auch hier etwas wärmer, 15, 16, 17 Grad. Es bleibt auch im Westen weitgehend trocken bis zum 7. Oktober. Dann aber wieder etwas wechselhafter. Und die Temperaturen könnten jahreszeitbedingt langsam wieder ein klein wenig zurückgehen. Noch der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier eine recht ähnliche Wetterentwicklung. Nur ganz geringe Niederschlagssignale bis zum Montag. Fast bleibt es trocken. Temperaturen knapp unter 15 Grad. Dann auch hier wieder ein klein wenig Wärme in der Spitze bis zu 20, 21 Grad. Angetrieben durch diesen ehemaligen Wirbelsturm. Kommen auch hier die warmen Luftmassen der Höhe nochmal an. Können sich nach unten durchsetzen. Und danach geht es wieder ein klein wenig nach unten. Ab und zu sind ein paar Regenfälle später zu erwarten. Im Süden relativ ähnlich. Aktuell da auch heute zum Teil noch Regen. Morgen noch Regen. Vor allen Dingen im Südosten. Temperaturen knapp um 10 Grad. Auch hier etwas wärmer nächste Woche. 16, 17, 18 Grad. Dann wieder neue Regenschauer. Und der Blick in die Landesmitte hinein. Da ist es auch sehr ruhig die nächsten Tage. Das lange Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit bringt trockenes Wetter in der Landesmitte. Aber relativ kühl. 14, 15 Grad. Da kommt es immer drauf an. Lösen sich die Dunst- und Hochnebelfelder auf? Oder bleibt es dann doch eher den ganzen Tag über trüb und grau? Da wird es ein bisschen weniger warm oder ein bisschen mehr warm werden. Aber nächste Woche dann kann sich die Warmluft durchsetzen. Und warum kann sich nächste Woche die Warmluft auf unten durchsetzen? Na ja, ganz klar. Wegen diesem ehemaligen Hurricane Kirk. Der bringt viel Wind. Der durchmischt die Atmosphäre. Das heißt, die warmen Luftmaßen von oben werden nach unten durchgemischt. Und deswegen gibt es da keinen Hochnebel nächste Woche. Oder keine dichte Wolkendecke. Da kommt Wind mit auf. Die Atmosphäre wird durchmischt. Und deswegen kommen auch die warmen Luftmassen von 1500 Metern Höhe, die teilweise bei 17, 18 Grad liegen, voll nach unten durch. Und deswegen kann es eben unten am Erdboot nächste Woche auch mal 20, 21, 22 Grad geben. Also nochmal eine kurze Rückkehr der etwas höheren Temperaturen von 20 Grad plus x. Wie hoch das steigen wird, ist noch unklar. Es gab vor ein paar Tagen auch mal eine Prognose. Die sah so 24, 25 Grad. Ganz eng begrenzt. Nicht flächendeckend natürlich. Aber das zeigt, dieses Stürmchen bringt doch hier und da noch mal einiges durcheinander. Es wirbelt die Wetterküche ganz schön umher bei uns in Mitteleuropa und eben auch in Deutschland. Aber erstmal bleibt es die nächsten Tage relativ ruhig beim Wetter. Vor allen Dingen im Norden und im Westen ist da kaum Regen zu erwarten. Teilweise kann sich mal die Sonne durchsetzen. Im Osten und Südosten dagegen bleibt es immer noch etwas nasser. Da fällt zum Teil bis zum Samstag noch Regen. Aber der Sonntag sollte dann zumindest vorübergehend überall trocken bleiben. Mit etwas Glück kommt auch hier und da mal die Sonne zum Vorschein. Aber dann nähert sich eben dieser ehemalige Wirbelsturm, der ehemalige Hurricane Mitteleuropa. Und wie es dann ausschaut, könnte er tatsächlich auf Deutschland treffen. Zum Teil mit schweren Sturmböen oder auch mit Orkanböen. Wir bleiben natürlich beim Wetter wie immer für euch dran. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Feiertag, einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Und wir sehen uns beim Wetter morgen wieder. Tschüss, bis dahin, macht's gut.